Ich bin wohl die einzige von uns, die sich beweisen darf. Verderben, ich komme! Ich kann das einfach nicht. Ich bin nicht wie du, Harley. Ich bin nicht so ein Packesel. Ich bin eher das kleine Hündchen mit einem Tütü. Wie in Paraceltons Handtasche. Wir haben's fast geschafft. Uns fehlen nur noch neun Liegestühle, damit wir... Hey, das ist mein Trockenfeger! Komisch. Niemand benutzt ihn. Oh ja, was für eine Überraschung. Weil man sich bei so brütender Hitze doch eigentlich um heiße Luft prügeln sollte. Toll. Nichts mehr frei. Es können ja wohl nicht alle Liegen besetzt sein. Ich bitte um Verzeihung, die Damen. Ihr kennt wohl nicht die Wasserparkregeln? Ein Handtuch auf einer Liege bedeutet, sie ist besetzt. Ihr müsst leider weitersuchen. Oh, hey. Ich hab mein Pensum für heute erledigt. Nein, Moment. Nacktes Kleinkind im Geschenkeshop? Entschuldigt mich. Vielleicht hattest du recht. Vielleicht hätten wir doch nicht herkommen sollen. Im Pilgerland kann wenigstens jeder auf einem Heuballen sitzen.